Hi Amy! Leider ist unser Teamwettbewerb nicht so erfolgreich gelaufen, wie wir es uns erhofft haben. Wir sind auch dieses Mal in der Gruppe gescheitert. Und ja, jetzt fahren wir noch in die Halle und schauen mir noch das Spiel im Platz 3 an und das Finale an. Ich hoffe, es werden gute Spiele und vielleicht kann ich ja noch was davon lernen. In den nächsten Tagen werde ich wieder trainieren und dann versuchen auch mal eine andere Sportart anzuschauen. Ich hoffe, dass ich hier noch ein paar andere Sachen auch sehen werde. Und ja, diese Saison geht ja danach nahtlos weiter. Ich hoffe, ich kann die Niederlagen verarbeiten und finde schnell wieder zu meinem normalen Wettkampfalltag zurück. Und dann schlage ich sie dann wieder zu. Wir sind 18. Wir werden nicht nur 15. Wir werden nicht nur 15. Untertitelung des ZDF, 2020